ja hallo und willkommen hier zur 17 folge supremacy 1914 mit westmexiko auf der 43er karte wir haben tag nummer 32 und wir stehen auf platz 1 mit 457 siegpunkten ja und ich bin mir noch nicht so ganz sicher was wir machen aber es wird auf jeden fall erst mal darauf hinauslaufen dass wir unsere größeren armeen von der grenze zurückziehen wenn ihr seht es auch schon die sind zum großen teil auch bereits unterwegs werden sich dann hier unten in der provinz einmal sammeln einfach weil wir hier einmal eine 93 moral haben wir müssen einfach moral tanken wir sind zu schlecht von der moral her hätten gegen die armee hier oben keine chance das ist einfach mir ein zu hohes risiko hier schon wieder ein totalverlust sind einzustecken bzw hinzunehmen von daher einfach mein rückzug der dann jetzt erstmal geordnet sein wird ich hoffe dass wir unsere gebiete halten können dass wir weiterhin trotzdem uns quasi expandieren können dass wir jetzt ein zwei tage hier und neue kraft tanken die neuen armeen die hier von unten natürlich ankommen werden auch sehr gut unterstützen werden viel helfen aber wir brauchen jetzt einfach ein zwei tage in besser moralisierten gebieten um einfach ja um dagegen vorzugehen und entsprechend auch da dann unsere moral zu tanken beim ansonsten werden wir die zeit natürlich weiterhin nutzen um hier ex oder weiter exzessiv unser infrastruktur unsere ja unsere gebäude unsere bauprojekte voranzutreiben wir werden auch weiterhin ein bisschen die zeit nutzen um die ein oder andere artillerie vielleicht noch fertig zu bekommen wir haben ja dann doch ein paar ja ein paar das können wir nicht mehr bauen ein paar fabriken übernommen die werden wir auf jeden fall nutzen macht ja auch auf jeden fall sinn dazu würde ich dann auch gerne wieder in ein paar provinzen hier haben wir schon eine wie sieht es hier unten aus hier haben wir auch eine ja dann machen wir jetzt hier ist meine kaserne dann kommt das noch mal weg dann bitte erstmal eine kaserne so und danach dann die festungen ist man erstmal weg festungen so um da einfach auch ein bisschen stärker zu werden und dann auch wieder ein bisschen infanterie ausbilden zu können im größeren stil na ja wir wollen jetzt einfach auch mal ein das ist zwar nicht ganz so effektiv aber es funktioniert ja trotzdem so so dass wir dann erstmal wieder ein bisschen vorankommen ansonsten natürlich weiterhin die ganzen projekte mit den festungen voll am werken die sorgen natürlich für eine sehr sehr gute moral auch jetzt hier in den entfernteren gebieten alles kein problem man braucht hat einfach zwischendurch die zeit die sollte man sich nehmen um seine industrie kümmern um seine infrastruktur kümmern das ist halt einfach mal ein wichtiger punkt die hauptstadt habe ich auch noch nicht verlegt das wäre noch ein nächster punkt den man natürlich in angriff nehmen könnte um im zweifel so stahl ist alle ok um im zweifel auch dort noch so ein bisschen moral in den besseren gebieten zu bekommen so jetzt legen wir jetzt mal wieder ein bisschen mehr wert auf stahl und ja dann bin ich eigentlich ganz guter dinge dass wir ich denke immer heute ist der neunte dass wir am 11 12 dann vorrücken können weiterhin dass wir da dann weiter unseren plan gegen alaska vorzugehen entschuldigung gegen alaska vorzugehen durchsetzen können wenn dann die moral in den gebieten hier oder von der gruppe von unserer armee wieder ein bisschen besser ist dann sollte das alles kein problem mehr sein dann sollten wir hier und noch die armee gestellt bekommen aber so ist das momentan noch ein viel zu hohes risiko wir würden wieder das risiko eingehen alles zu verlieren noch eine zweite große armee verlieren ist glaube ich nicht so gut das könnten wir dann auch nicht mehr wegstecken beziehungsweise würden wir denen doch die möglichkeit geben gegen anzugreifen und das muss ja nur wirklich nicht sein wenn wir jetzt hier mal gucken unsere durchschnittsmoral ist um weitere zwei prozent zu gestern gestiegen also es geht wirklich voran und wir können wirklich sagen ja ein zwei tage warten ist manchmal doch wirklich die lösung einfach ein bisschen ruhiger das ganze anzugehen und genau so wir werden auch jetzt noch mal ein bisschen hier ein bisschen quatsch gas nachkaufen dann kommen wir dann nämlich auch wieder weiter und hier haben wir leider nicht mehr die möglichkeit doch hier könnten wir ein bisschen fisch nachkaufen für 14 fisch und verkaufen da mal mal gucken ob das weg geht wäre natürlich super ansonsten könnten wir noch getreide für eins dann machen wir mal für zwei und dann können wir hier auch ordentlich was reinstellen genau und haben dann da hoffentlich auch wieder ein bisschen erfolg und kriegen ein bisschen geld dafür ja ansonsten würde ich sagen das war es auch schon mit der folge wie gesagt der plan steht fest zwei drei tage moral tanken im hinterland um dann einen nächsten großen gegenschlag zu starten ich bin sehr gespannt wie es laufen wird bin aber unterm strich ganz guter dinge und genau dann würde ich sagen bedanke ich mich an dieser stelle fürs zuschauen wenn euch die folge verändert lasst doch gerne daumen nach oben da abonniert den kanal um auch in zukunft nichts mehr zu verpassen danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal tschüss